so an alle die es im stream sind schreibt mal hi rein alle die im stream sind schreiben jetzt hi ok und die gute Leute ich mag er betrifft auch nicht gehen also natürlich nicht und die geklöte ich mache bei youtube bei stammes ein stream Einer ist drin. Okay, einer schon mal. Wie gesagt, schreibt alle euren Epic-Namen einfach in den Chat. Dann esse ich euch sofort. Ja, Leute, wartet. Scheiße. Oh, ich kann's rettik-tik-pause. Ich beendete den Stream, manche in TikTok, wo ich Bescheid sage. Und dann, ja, bin jetzt gleich. Ich bin froh, ich bin froh. Danke, danke, danke. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, 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 ich Vielen Dank. 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 Hi. Hey, Jessica and... Ja. ... 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 Ich war voll gut. Ja, voll gut. Sagt sehr richtig, aber voll lieb ich ja noch. Vor allem, ich bin halt in der Mitte von euch beiden. Das ist das Problem. Juchee! Mach's los! Juchee! 4 das noch einmal an alle die Menschen wollen ich bin halt noch nicht befreundet sind ihr könnt einfach zu einem Lobby zu öffentlichen an alle die mich noch nicht als Appetient haben schreiben den Epik-Namen in den Chat Fertzot! Was ist das? Aber ich krieg's halt nie mit! Alter! 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 Omo Kapi! Hi! Nein! Hi! Ich bin aus deiner Klasse! Ich weiß schon! Ich bin aus deiner Klasse! Ich bin aus Europa! hallo ich bin immer noch erster ich habe zwei siege jetzt noch beide ich habe nicht mal einen schuss getroffen witzig du bist wieder zweiter maximus gar nicht mal spielen und es trotzdem erst er weil ich insgesamt die meisten punkte um ab rupen er hat sich in Ruhrmann Ich kann nicht nachladen, hast du jetzt. Nein. Noch. Joni, geh hoch. Nein, muss ich nicht. Joni, geh runter. Alter, ich bin unten. Maxi, geh hoch. Junge, hallo. Obst, das wollte ich nicht schicken, das ist schon. Okay. Über was kriegst du die ganze Zeit Nachrichten? TikTok. Ach so. Das für mich auch. Junge, er baut wieder, aber baut irgendwie nicht. Junge, er trifft mich, aber ich ihn nicht. Ja, geil. Ja, also wirklich. Nee. Und. Das ist mega geil. Nee, mega schlecht. Gön die Minis, komm komm. Ja. Du bist ja gewinnig. Du bist ja schon. 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 Du bist ja schon wieder. Du bist ja noch nicht am halbieren. Boah. Ich hab ja auch einen und ohne Basen oder Busser. um aber haben heutzutage muss und Juni Erzlo was ich sagte gleich ich habe wenig Leben ja das habe ich auch er hat M 35 Leben jetzt hat er nur noch 2 hp da geht er näher und das war die stream snipen ich schicke noch auf jure keine märz ich habe keine märz ich habe keine märz ich habe echt keine märz also 6 hab 6 netz habe ich Juni was war das einfach mal so gegen die Watschie ich habe endlich bin ich erster das war auch schon mal bei drei Jahren das ist ja nur erster ich habe 2 Wins ihr habt beide 5 Wins bis morgen vielleicht vielleicht 11 11 beschissen es wird es wird es wird es wird es wird es wird 5 es wird es wird maßen nein es wird ja max herz mit ein spitz mit ein spitz abendet 62 aber ein erst gleiche maximen macht nur stück r gewonnen 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 wie viel Leben gewonnen gewonnen lass mich in Frieden ich habe nur noch 198 ap und auch bereitet ja er hat mir wirklich nur zwei jahre gedrückt du glaubst du ne ich meine es ist wirklich 198 ap jetzt dein ernst dein ernst ja hat es gewählt ich habe verkehrt dass ich hinter diesem Pyramidostein also wenn ich dich noch hole ne natürlich holst du mich weißt du wie lau ich bin ich habe so bock auf die irgendwie BCC die die nicht runter und 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 aber ich habe nicht aber wohnen 35 ab und sich erhielt sich zwei minuten ja zwei minuten 50 für 90 leben erbaut werden die 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 wo er macht man sich nicht mehr so mehr gebraucht hat nicht mehr zu tun die kommentator machst du da was macht sie editiert editiert doch nicht dann hat sie wieder dritte ich hoffe macht sie editiert oder er gemacht ein schlag bewegt sich machte bewegte ich hab ich gewonnen ich weiß was man lässt mich tüten ich will wieder kommentare machen nein du musst jetzt er hat die sohn zu ernst spielen ich habe ein schlack ich habe ja so ein tschüss sexy er zu empfiegt also 142 maxi hat 13 43 ap jones hat 42 67 jonas hat 67 leben joni hat jetzt in 92 leben maxi macht schlau maxi macht schlau maxi macht schlau maxi macht schlauer maxi macht schlau ich habe genau eins war gut also ich hatte es kann sein doch das unten ich habe keine meds ich kann keine einzige wand bauen wichtig euch maxi da wollte ich doch noch was sagen wenn sie epic man schreiben und so oder wenn sie mit spielen wollen ich habe gedacht ich bearbeite auch nur ich bearbeite 50 metall juli dorz und jetzt 190 ich hab sie doch noch ein ap wie viele jahre ja 79 auf dem sagt nur noch ein ap ja ich habe ich habe ich hatte doch gesagt ich hatte ich habe mir ein fisch und zwei minis ok er gebaut sich ein und maxi ich hab nur noch 102 leben und die man sich und das ja er schuss der laser der laser basiert und jetzt kommt ab so was ich will ich will nicht wirklich die 15 den bänden den bänden den bänden und der b er kann so keine führen mehr bauen ja ich hab meine absicht eine tür er ruft mich an ey warte 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 mach schnell okay mach ich es leckt hallo hallo greifen auf die seite alles geht auf die seite ich kann nicht bauen was war das alles geht auf die beine hätten jetzt ehrlich was ist es ich will ich war weg aber jung war mein controller spackt voll rum ich kann nicht bauen ich kann nicht bauen ich habe mich lassen du hast mich auch angegriffen ich habe kein bauch mehr auf engen egal was ein also ich hab schon verlassen gehen und ich bin mein Team zu machen Ja. AAUH! Okay, Teams. Lass uns so eine knappe... Na. Knippig! Knippig! Ja! Nein, warum nicht? Joach, Junge! Ja. Hey, girl. Nein. Okay. Teams? Arena? Ja, ja. Oh, ja. Wille, man. Hapteam. Ich falle. Maxi, nimm du Elite-Agentin. Warte, da geh meine Beine Bord nicht weiter. Wer ist Papi-Pupal-Leb... 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 Mein Allah wird gewohnt! Ich weiß, wer es ist. Papi-Pupal-Leb... 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 Es passen aber nur noch 14 rein. Warum 14? Guck, einer ist reingekommen. Drück bereit. Ja gut, der ist schon ein bisschen schlecht. Der ist gut. Hey, wenn du hast, hab ich noch. Irgendwann. Hey, Spitschieb. Du bist ja sicher, dass der gut ist. Ja, der ist schon gut. Er ist schon gut. Hey, Jess. Und nicht alle deine Fans sind gut. Hey, Jess. Hey, Jess. Jetzt zum Beispiel machen wir die Videos. Ich steck dich wie so ein Film, wo überall steht. Bleib dir hier meine Fans. Sorry. Nein. Maxi, du hast vor einem Lifestyle gemacht. Nur 10 Minuten dann. Tiktok. nachdem spielen wir ganz normal team nein ich will killed ja was ist HÖRT MÄHMICH GUT? HÖRT MÄHMICH GUT? HÖRT MÄHMICH GUT? HÖRT MÄHMICH GUT? Du bist nicht gut nein HÖRT MÄHMICH GUT? Ja ich hoffe ich hoffe all das gut HÖRT MÄHMICH GUT HÖRT MÄHMICH GUT... ja ich hab halt extra so richtig laut ins mikrofon geschrien nein und dann hat er gesagt nein du bist nicht GUT wer ist meinst ein Gegner und ich hab keine Waffe wer ist mein Feind der Ballet HÖRT MÄHMICH GUT Hilfe, Leute. Ich hab keine Waffe. Juhu, der ist einfach da oben. Einmal nicht. Na gut, die kommt, der geht schnell gehen. Hier liegt eine Waffe oben. Er hat eine Farm aus. Er hat eine Farm aus. Oh, Mann. Ich hab keine Waffe. Wie, BAH, wie, BAH, wie, BRECKIGER! Helge? Nein. Er hat eine zweite Max. Machst du ihm gegangen? Oder eine Nacht, oder? Normal, oder? Dann mit ihm. Normal, ohne. Mit ihm? Alter, er ist voll gut. Er soll auch unsere Karten nehmen. Ich hab keine Karten! Du hörst uns nicht auf unsere Karten! Lad ihn mal ein. Ja! Er hat nach 10 Minuten auf ihn erst geschossen. Und nun sein Mädchen ist so los, der Arme. Der Kross-Gucci. Nein. Also. Ja, gut. Ey, wenn er die nicht holt, dann ist er schlecht. Wenn er die nicht holt, jetzt ganz ehrlich, dann. Ey, der ist locker. Ähm, der ist locker. Abstauber ist die beste Methode. heutzutage ja gestern zahlgemein also jetzt bekommt oh mein gott wie kann man denn nicht treffen alter war der snipe war jetzt nicht so gut ich hätte ihn auch nicht getroffen was wie kann man wie du hättest du nicht getroffen wenn er die alle noch bekommt man kann nichts machen du hättest alle bekommen oder er hat eine tactical deswegen ist gar nicht mal so schwer ja wir spielen mit ihm weil ich bock auf arena habe ich schon aber dann soll es sich mal anstrengend nein ich bin mit ihm wenigstens reden können nein doch nein ich habe ich habe ein lobby auf öffentlich und wer ist reingekommen ach so das ist baton jetzt gehen geschenkt ja ja den orangen habe ich ihm geschenkt also ich habe ihnen dieses piloten screen geschenkt warum jetzt gruppen kann warum mit gruppenkeile machen warum so mal ladet mich party ein kannst du mal ihn party einladen diesen mich husierig ja das ist martin ohne 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 wer ist mein feind häifert